Brigitte Urhausen ist eine luxemburgische Schauspielerin und Hörspielsprecherin. Leben von 1999 bis 2003 ließ sich Brigitte Urhausen an der Staatlichen Hochschule für Musik unterstellende Kunst Stuttgart zur Schauspielerin ausbilden. Nach ersten Verpflichtungen an Theatern in ihrem Heimatland, dem Wilhelmer Theater und dem Staatstheater in Stuttgart sowie dem Theater Magdeburg trat sie 2004 ein mehrjähriges Festengagement am Pfalztheater in Kaiserslautern an. Hier war sie neben anderen Rollen als Julia in Shakespeare's Romeo und Julia zu sehen in der Titelrolle von Arthur Schnitzlers Novelle Fräulein Else. Sie spielte Luise in Kabale und Liebe von Friedrich Schiller und das Gretchen in Goethes Faust. Ab 2009 gastierte Urhausen wieder an verschiedenen Luxemburger Bühnen außer dem am Badischen Staatstheater Karlsruhe und dem Staatstheater Mainz. Vor der Kamera spielte Brigitte Urhausen bislang überwiegend in luxemburgischen Produktionen. Neben ihrer Tätigkeit als Offsprecherin beim Sender Arte spricht sie seit 2013 die Rolle der Kommissarin Amalie Gentner in den vom saarländischen Rundfunk produzierten Radiotatorten. Brigitte Urhausen lebt in Karlsruhe, Filmografie, 2005, Tantalus, 2011, Isabelle, 2012, Dodege Wenkel, 2014, Serena, 2015, NMEI CIT, 2015. Alle anderen sind nicht gleich anders. Hörspiele, 2013, Radiotatort-Autor, Erhard Schmid, Regie, Stefan Dutt, 2014, Radiotatort-Autoren, Madlen Giese, Regie, Stefan Dutt, 2015, Radiotatort-Autor, Erhard Schmid, Regie, Stefan Dutt.